Camouflage, mehr Wagen, welcher Wagen? Minus 10, Minus 10 He's holding my arm Rennfähre, klar! Ja, hab auch voll in den Mund gefilmt, ne? Ja, das ist quasi, du konntest entscheiden. Ich danke euch alle. Suzuki-Qualität. Japanisches Aluminium. Es sitzt richtig, es muss rein. Irgendwie stimmt was mit dem Maßen. Der Lawinenmann. Das ist ein Satz. Alles für Suzuki. Everest. Geschafft. Geschafft. Ich bin auch voll geschafft. Zu spät. Alles für einen guten Zweck. Leonie, die Frau im Hintergrund. Der Denklar. Der Denklar. Danke, danke. Ich bin schon fertig damit. Danke, ich hab bitte. So, Frau Mutter Leonie, hier sehen Sie, was Ihre Tochter macht heute Abend. Wenn ich dich sehe. Ja, wenn ich dich auch. Wenn ich mich deine Augen noch mal sehe. Toll, genau. Ich bin schon fertig. Mrs. Crabman und die Wildkatze. Gibt sich. Gibt sich. Gibt sich. Wir sind keine Wilddieber. Wir sind jeder. Denk da dran. Gut, jetzt. Die Szene habe ich toll im Kasten. Vielen Dank erst mal. Aber es geht noch weiter. Wir wollen hier nur kurz das andere Auto mal hinstellen. Ja, hol's krass. Ja, aber du bist natürlich so ehrgeizig, dass auch die Spaß auch noch gut ist. Gut. Haben wir. Jetzt können wir die Location wechseln. Jimny hängt fest. Warum hängt mir jetzt hier fest? Jawoll. Und jetzt zum Einsteigen? Die Schulpraktikanten. Ja. Kannst auch schnell in Katalogform rechnen. Mr. Key und Mr. Sashi. So, hier sehen wir Nadja und ihre Begleitung von letzter Nacht. Der sieht aber wirklich ähnlich. Nein. Nein. Hör�oh. 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 So ist das eigentlich richtig. So ist das eigentlich richtig. Die Schildkröte. Das war alles. Das war die Schildkröte. Das war die Schildkröte. Die haben heute eingestellt und die sind immer mehr gewachsen. Danke. Wieso nicht hier was los? Nein. Wie weit geht das? Probier's mal aus. Gut. Schatten. Okay. Ich hab's gedacht, das ist echt ein Menschenhund. Menschenhundbächer. Juni, die Praktikantin, macht derselben Fehler wie alle Praktikanten. Die gewöhnen sich fressen an. Was? Ständiges Fressen. Ja. Ich bin Artdirektor. Ich darf das. Genau, wenn du meinst. Das ist das Motto beim Putzen. Ist mir egal, ich lass das jetzt so. Das ist das Motto beim Putzen. So sehe ich sie am liebsten. Ich finde sie so gerne. Ich finde sie so erotisch. Und? Und? Welche Location? Karte? Welche Karte? Welche Karte? 1 2 1 2 3 Musik Musik Thank you very much I had a really good time Thank you very much Thank you very much